Moin Leute, herzlich willkommen zu meiner zweiten Folge von Fortnite OG. Leute, 2017 habe ich aber im letzten Mal schon gesagt, habe ich angefangen Fortnite zu spielen. Also, da habe ich zum ersten Mal gespielt. Hier nochmal ein kleiner Clip. Das Status sehe ich noch niemanden, aber da in dem Haus wird sich auf jeden Fall jemand befinden. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Bats! Wir haben jemanden! Unglaublich! Mit einem Schuss! Und ich hatte damals schon keinen Skill und jetzt immer noch nicht. Aber wir gehen trotzdem rein. Denn viele von euch, ey, fettes Dankeschön für euer ganzes Feedback, haben es mega gefeiert, dass ich mal wieder eine Runde gedaddelt habe. Obwohl ich keinen Skill habe. Aber hey, unser Ziel ist es, das letzte Mal waren wir, glaube ich, das Beste. Was war, war Top 50? Top 40? Top 30? Vielleicht Top 20? Warte, wir brauchen Zielübung. Da, Paledo holt sich direkt Waffe. Direkt den Revolver. Jetzt werden die Header verteilt. Zack, Alter. Pam! Oh ja, 72er. Oh, 216 Schaden. Läuft auf jeden Fall. Ach stimmt, ihr habt mir auch gesagt, man kann sich irgendwie anzeigen. Ah ja, wo die Sounds oben herkommen. Das sehe ich doch jetzt auch. Hä? Warum ist da so ein Ding? Das ist doch bei der Fortnite OG Map nicht gewesen. Aber ich spiele doch gerade Fortnite OG, oder nicht? Das habe ich doch gedrückt. Wie ist das denn plötzlich passiert? Egal, Paledo geht tilted. Ihr kennt ihn. Tilted wird aufgeräumt. Ich werde ein... Ich fliege wieder hier unten rein. Das ist gut. Da schnappen wir uns direkt. Perfekt. Wir haben eine Waffe. Oh ja, hier höre ich es doch. Oh, genau. Dann kann ich mich wegteleportieren. Aus einer hoffentlich brenzligen Lage. Warte mal hier rein. Ja, das ist meine Tilted. Oh, oh, was war das? Alter. Pumpgun, episch. Das ist doch gut. Ne, warte. Nimm mit. Ja, ja, ja. Ich habe zwar kaum Munition dafür. Neun Schüsse. Die müssen sitzen, die neun Schüsse. Hier unten muss was sein. Wir gehen rein in die Action, Leute. Zugriff. Der muss da unten sein. Da. Oh. Oh, Double Kill. Let's go, Paledo. Oh, was war da denn los? Huh. Okay. Okay. Der Puls ist da. Der Puls ist da. Oh, jetzt. Jetzt rein. Rein damit. Oh. Sehr gut. Okay. Dann wieder die Waffe hier schnappen. Raus, 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 raus. Hier rein. Okay, okay. Alles easy. Oh ja. Wir brauchen wir nicht. Aber wo können wir mitnehmen? Okay, wir leben noch. Warte, wie viel? 62. 62 Leute sind noch am Leben. Das ist gut. Weil das Ding ist, wir spielen ja auch nicht mal auf Zeit oder so. Ich mache jetzt nicht so, oh, ich will, dass alle Leute... Sind hier Steps? Nein! 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 Warum bin ich so schlecht? Die lädt aber auch drei... Weil die braucht ja drei Jahrzehnte, bis sie nachlädt. Scham, Mann. Das war so scham. Auch dieses Weglaufen. Du musst... Ich muss an mich glauben. Leute, wenn ihr Bock habt auf mehr, dann lasst auf jeden Fall gerne einen kleinen Like da. Ey, und schreibt mir gerne Tipps und Tricks in die Kommentare. Oh, Mann. Das ist so pannlich. Wie ich dann auch weg... Hier eine kurze Wiederholung. Nein! Dieses Weglaufen dann aus Panik, anstatt die Waffe zu switchen und dann weiter drauf zu halten. Den hätten wir ja haben können. Äh, wo gehen wir... Gehen wir nochmal tilded? Ne, wir gehen jetzt... Ich bin aber rausgesprungen. Wo gehen wir runter? Ne, kommen wir... Oder da vorne. Was ist denn das hier? Ich weiß, dass das früher auch am Start war. Da konnte man nämlich hier so komisch rum... Ah, da sind schon total viele... Ah! Ja, das war... Das war nix. Das war... Das war ein absoluter Fail. Hat er eine Waffe? Der hat auch nix. Den schlage ich! Den schlage ich! Ey, lauf weg! Wo ist er? Wo ist der Typ? Der muss doch hier sein. Hier ist die Kiste. Äh, Truhe. Slurby. Ja. Wir haben echt nur noch wenig AP. Levelaufstieg. Sche... Ich hab mega... Ich bin One-Shot, Alter. Ja, Mist, Alter. Ich muss hier raus. Okay, okay, okay. Alles easy. Oh, hier geht's rein. Nein! Oh, warst du ein Camper? Alter, wie viel frisst der? Ja! Let's go! Alter, hat er sich da vercampt? Das gibt's ja nicht. Junge, Junge, Junge. Warte mal, warte mal. Welche Waffe brauche ich denn jetzt hier? Alter. Brudi. Oh, guck mal. Hier hat er jemanden weggemacht. Warte, warte, warte. Hier. Nimm mal hier. Guck mal her. Verbinden. Schockwellengranate. Ja, da... Warte, sind das nicht die Dinger? Guck mal, ich nehm das Ding. Dass ich... Dass ich mich mit der so wegbooste. Weißt du, das ist... Leute machen das so die Werfen? Jawoll! Guck mal an, Alter! Paletto. Richtiger Pro. So, ich kann doch jetzt hier runterspringen und werd so hochgeboostet, oder? Ja. Zack, und dann fliegt man so nach oben. Aber hier hab ich auch nur noch vier Schuss drin. Oh, hier... Oh, 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 ja. Komm her. Oh, ja. Dich nehm ich lieber. Das slurpe ich mal schön einen weg. Was machen wir? Weil wir wollen ja hier oben eigentlich nicht campen. Aber ich würde gerne einen so von oben überraschen. Wisst ihr, was ich meine? So, dass man hier unten einen längslaufen sieht. Und dass man dann so angeflogen kommt. So, dann machen wir das jetzt hier so richtig Pro-mäßig. Ne, ne, okay. Ich wollte diese Schockwellendingens werfen und mich damit boosten, sodass ich dann hierhin noch besser fliege. So, jetzt aufpassen hier. Hier sind doch jetzt bestimmt welche. Hier muss doch jemand sein. Oh, jetzt in die Offensive. Der ist low. Yo, let's go. Das war doch nicht schlecht. Warte, soll ich davon was mitnehmen? Hier die Pump. Okay, wir brauchen ein Automobil. Ah ja. So, let's go. Können wir hier unten längs? Machen wir einfach. Ist egal. Ja, hier würde ich gerne längs. Ich glaube, das ist das Dümmste, was wir machen können, oder? Weil das ist ja so offensichtlich, wenn jetzt hier gleich irgendwie jemand von der Seite kommt. Aber ist egal. Oh, 42. Also 42 Leute sind noch am Start. Und wir haben zwei Kills. 35. Als ob. Okay, Top 40 haben wir jetzt schon mal geschafft. Top 40, zwei Kills. Für meine Verhältnisse ist das wirklich gut. Wie gesagt, ich bin... Oh, guck mal hier. Alter. Spaletto. Kann ich da drauf ballern? Ah ja. Oh, 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 au. Oh, nee, jetzt ist... Nein. Hä, ich bin doch nicht ausge... Auf... Na toll. Da, da rutscht einer. Hier, das ist... Mist. Okay. Oh, Alter. Au, 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 au. Ja, gut. Geht, wir können auch zurückschießen. Jetzt hat er natürlich unsere Position. Scheiße, was machen wir denn jetzt? Der hat viel... Der hatte viel besseren Aim als wir. Der kommt jetzt. Der kommt, um uns zu holen. Ich hole ihn. Ja, da hinten fährt auch einer. Ja, ja, der fährt auch wie ein Verrückter. Den, komm, den holen wir uns. Oh, oh. Nicht explodieren. Alles gut. Alles... Richte dich bitte wieder auf. Nee, mach doch. So. Randa. Wir nehmen die Verfolgung auf. War das gerade eine Explosion hinter uns? Da. Da, da, da. Weil, wie gesagt, ich will ja gar nicht campen. Ich will ja Action. Weißt du, ich will... Natürlich kann man... Man kann sich irgendwo eine Ecke verstecken. Äh. Was macht der? War der ab? Ich... Ich verstehe es nicht. Also jetzt mal Real Talk. War das ein Bot? Ihr meintet zu mir... Oh, Alter, den schlürfe ich. Den sauf ich mir rein. Oh. Oh. Warum ist der so episch? Hey, ich dürfte den wahrscheinlich nicht trinken. Ist mir aber egal. Ich mach's einfach. Reinsaufen. Ja. Oh, ne. Ups. Sorry. So. Gibt's irgendwas... Oh, ja, warte, warte. Der hat doch hier... Genau. Der hat gute Waffen. Die Schrotfälle nehme ich auch nochmal mit. Nee, ich bräuchte... So. So hab ich was für alle Situationen. Okay. Wo muss ich denn hin? Ah ja, ich bin hier aber an der richtigen Adresse. Oh, Top 20. Oh, guck mal. Hier ist so eine Piñata. Weee. Ist hier irgendwas Geiles drin? Ich weiß ihn nicht. So, dann schnapp ich mir doch wieder Golf-Card. Warte, welches war unseres? Das hier, ne? Oh, dann fahren wir... Oder warte mal. Sollte ich nicht vielleicht das hier nochmal mitnehmen? Dass ich mich notfalls einfach wegbeamen kann? Aber daran denke ich eh nicht. Das hatte ich, glaube ich, das letzte Mal auch schon. 17 Leute noch. Krass. Ist gar nicht schlecht. Okay, Paletto. Du hast drei Kills. Vermutlich deine beste Solo-Runde. Da oben sind bestimmt Leute, oder? Die dann so nach oben geflogen sind. Weil da wird doch auch der Finalkampf sein. Kann ich mich denn da hochfliegen lassen? Komm, wir fahren jetzt hier rum. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich Creator Code Paluten eingeben. Müsst ihr aber nicht. Macht, wie ihr wollt. Werden wir hier rumcruisen. Was ihr aber gerne mal machen könnt. Auf paluten.shop vorbeischauen. Für Mini-Paluten, Mini-Edgar, vieles mehr. Falls ihr was... Für... Oh, schau. Ja, let's go. Alter, der hat einen Raketenwerfer. Wow. Yo. Das ist vermutlich meine beste Runde Fortnite. Jetzt re-talk. Ich weiß. Jetzt sagt der eine oder andere... Okay, das ist traurig. Ich weiß. Ich bin ja auch nicht gut. Ich habe auch mehr... Ja, öfter dann so... Spaßrund mit dem Freedom Squad gespielt. Hab ich. Es hat eine Tür geklingelt. Nein. Bitte. Ich muss kurz aufmachen. Es tut mir leid. Scheiße. Eine merkwürdige Maschine. Macht aus Freedoms größtem Helden... Den kleinsten... Mein neuen Freedom-Roman gibt's jetzt überall da, wo es Bücher gibt. Sorry. Das waren tatsächlich Autogrammkarten. Die Autogrammkarten für Mini-Paluten. Die sind gerade angekommen. Fünf Kills. Neun Leute noch am Leben. Das gibt's nicht. Da hinten kommt... Was kommt da hinten runter? Das ist so ein... Irgendwie... Alter. Oh, oh, warte. So ein Medi-Kit? Ne, warte mal. Ich geh wenden wieder auf diese Pumpkarten, falls mich jemand überraschen will. Ist da oben... Da fliegt doch jemand! Oh Gott. Ich muss nachladen. Wo fliegt der hin? Wo ist er? Da. Der landet da hinten. Lass einfach hin. Oh. Ich bin hingefallen. Nein. Oh Gott. Die Border. Ich bin so ein Troddel. Ich bin so ein Troddel. Lauf, Palermo. Lauf. Ich hab das nicht mitbekommen. Lauf. Lauf, Junge. Du bist gleich safe. Oh Gott. Da hinten ist jemand. Da hinten ist auch noch jemand. Der ist da oben. Uh. Oh. Die Junge, der ist so low. Jawohl. Hab ich. Kurz raus. Fünf Leute noch. Oh, wir müssen weg. Ich bin hier super offen. Fünf Leute. Ja, toll. Ich bin hier super offen präsentiert, Teller. Oh. Da wurde auch gerade geschossen. Von wo kommen die... Von da. Oh, ich wurde gehittet. Oh. Komm. Oh, der hat den anderen erledigt. Ja, der muss ja irgendwo beim Haus sein. Oh. Wird der auch von der anderen Seite angeballert? Oh. Was hat der denn da jetzt gerade? Junge, was ist das für ein Turm? Ach so. Oh, jetzt hab ich den Baum da weggeschossen. Was ist das für ein Turm? Warum hat der sowas? Da oben links seh ich jemanden. Ja, der eine ist da jetzt runtergejumpt. Krass. Top vier. Boah. Oh. Da kommt einer. Der eine geht da rein. Oh, Alter. Die ist... Ich seh den einen da. Was? Nein. Wie hat er denn... Oh, nein. Was auch? Oh, nein. Platz vier. Weggeholt mit einer Sniper. Ich guck mir das jetzt nochmal an. Oh, der... Das hätte ich sein können. Das war, glaube ich, meine beste Runde Fortnite. Leider ein wirklich trauriges Ende. Aber ich bin super happy. Leute, ey. Danke fürs Zusehen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schaut gerne auf paluten.shop vorbei. Und ihr habt vielleicht den Trailer gesehen. Mein neues Buch ist draußen. Das große Schrumpfen. Gibt es ab sofort überall da, wo es Bücher gibt. Und Leute, oh. Das war's. Haut rein. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.